Es ist super traurig, sehr emotional. Es ging wirklich nicht lange. Es war ja gerade mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten, wo sie dann am Trapez darunter gestürzt ist. Ja, ein Schock. Also nach und nach wurde dann immer gesehen, dass das Blut überall lief und dann wurde schon gesagt, oh Gott, sie blutet, sie blutet, da war sie am Kostüm, an den Beinen und dann dachte man sich schon, okay. Und sie ist mit so viel Würde von der Bühne und sagt, alles gut, ich fisch nur das Blut weg. Alles, alles Gute, gute Besserung, ganz genau und wir freuen uns aufs nächste Konzert. Hoffentlich ist nicht mehr passiert und es ist soweit gut gegangen und man hofft, dass Helene wieder fit wird und für die nächsten Konzerte wieder alles gut wird. Gute Besserung auf jeden Fall, gute Besserung und sie soll sich eine Auszeit nehmen und wir machen hier trotzdem Party.